Hallo meine lieben Zuschauer und willkommen zur sechsten Folge von Hey Queer. Ich will auch nicht unnötig Zeit vergeuden und wir starten mit der ersten Frage. Hey Queer, welches Wort beginnt mit F und endet mit Icken? Musik Musik Ah, ich hab's! Etwas flicken! Etwas flicken! Mit der Neumaschine etwas flicken! Ha! Damit hast du nicht gedacht, dass ich herausfinde, was? Hey Queer, auf welcher Attraktivitätsskala würdest du dich einschätzen? Hey Queer! Wieso Queerin? Also ähm... Brot! Wieso? Brot! 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 Sie das... ...Tier aus dem Ausland kommen! So, und das war's auch schon mit der 16 Folge von Hey Queer. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dann lasst es mich wissen. Ja, und noch eine kleine Information am Rande. Die Let's Plays von mir werden im Moment mal abgeschafft, weil ich nicht unnötig Zeit dafür noch verwenden sollte, da ich mehr solche Serien drehen möchte, auch euch zuliebe, weil meine Let's Plays natürlich nicht gerade technisch so hochwertig sind. Ich denke, dass das niemand wirklich behindern sollte, weil dann werden ja mehr solche Videos kommen, weil Ideen habe ich ja jetzt wieder zum Glück. Ja, und ich denke, es sind gute Aussichten. Und damit wünsche ich euch bis zum nächsten Mal! Das war's!